Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum zweiten Daily Vlogs! Und ja, wir gehen heute in die Stadt und essen da auch was und nachholen wir den Ball, okay? Okay. Und ja, meine Mama wartet auch gerade bei dem Netzkehr und will denn etwas, dass wir was essen? Ich muss euch mal einen Schlüssel hinterlassen. Fuck! Spatifi ist da. Und Geld ist auch da. Scheiße. So. Und wie schon im anderen Daily Vlogs schon gesagt, habe ich es noch nicht gesagt. Ja. Also, ja. Ich hoffe, das Intro gefällt euch. Und beim anderen Daily Vlog hatte ich ja auf den To-Do-Liste, hatte ich ja, warte, oh nein, oh mein Gott, da ist dieser Mann. Da hatte ich ja, ähm, da hatte ich ja drauf geschrieben, ähm, warte, Begrüßung, genau Begrüßung. Und, ähm, da mit, warte, warte, ah ja, das, äh, das passiert einfach, wenn man keine Ahnung hat, was man auf seine To-Do-Liste schreiben soll. Aber Begrüßung macht man ja sonst auch immer. Ja. Stimmt. Okay. Und, ja, Leute, wir holen uns jetzt eine richtig, wir holen uns jetzt eine richtig, wir holen uns jetzt eine richtig fette Leberkast-Sendel. Geiler, Alter, da habe ich Bock drauf. Und dann, ja, das war richtig nice. Ey, oh Gott, da ist, glaube ich, noch die Scheiße dran. Wow. Bei diesem Diss-Track war das. Ja, genau, da haben wir irgendwann mal einen Bankrafter-Kanal so einen Diss-Track gemacht. Und, aber der ist noch nicht mal drauf, oder? Wo? Auf dem Kanal. Auf meinem Hey-Van? Nein, auf dem Bankrafter. Hm. Vielleicht kaufe ich mir ein Harbor-Board. Vielleicht. Also zum Geburtstag. Ist nicht sicher. Nein! Du kannst beides sagen. In einem Monat? Nein. In einem Monat. Ähm, in fast einem Monat habe ich Geburtstag. Hä, was? Zwei Monate? Heute ist doch 2. November. Oh Mann. Schade. Schade. Und wenn ihr euch packt, wann ich Geburtstag habe? Ich habe am 3... Warte. 3... 10... 10... 30... Ich habe am 30.12 ein Geburtstag. Einfach nur nice. Und da vorne, wenn ihr es seht, ist schon der Hartmann. Und, ja, bei unserer geilen Leberkass-Hämmel. Und ja, dann sehen wir uns, wenn wir das Essen haben wieder. Geil. Hey Leute. Wir haben jetzt alles. Wir haben zwei Cola. Dann eine Packung Smarties. Und zwei Leberkass-Hämmeln. Wer schaffen denn? Ja. Voll egal. Und wir gehen jetzt in den Park. Und ja, da essen wir da auch geil. Und ja, ähm, die Vlogs werden, also ich werde Vlogs machen. Ich glaube mehr als normale Videos, oder? Also als... Let's Plays. Ja, nee, Let's Plays mache ich jetzt nicht so. Aber ich mache eher so... Oh doch. Äh, ich mache eher so, keine Ahnung, dann... Vielleicht dann, wenn ich, keine Ahnung, das Harborboard oder so habe. Vielleicht dann, ähm, ein Unboxing. Aber sonst mache ich, ähm, immer, lol, fast gegen die Laterne gegangen. Ja, wenn ich auch was... Sonst mache ich halt immer... Äh... Vlogs? Ja. Es geht bei mir ab. Von der Kamera weiß ich nie was, aber davon weiß ich nur halt. What? Jetzt kann ich nicht mehr. Ach, der ist überall Fall wieder. Ich muss immer näher kommen. Sonst kann ich gehen. Egal. Und ja, im Park ist es eigentlich so chillig. Da haben wir früher immer Fußball gespielt. Ja. Aber jetzt sind das sauviele Blätter gewesen letztens mal. Ich weiß. Schauen wir mal hin, wie es da jetzt so ist. Da war es sogar an Halloween. Ja, ähm, die Polizei, weil da irgendwer dann da hirrt hat. Und, ähm, wir gehen dann so zur Eisdiele, wollten ein Eis holen. Und da waren mindestens 15 Leute, also Kinder, die in der 5. oder in der 4. waren. Die haben uns dann so richtig verfolgt, also richtig. Dann sind wir schnell zu mir nach Hause gegangen. Die haben gegen die Tür geklopft, aber wirklich hart. Und, ähm, dann, äh, ja, sind wir einfach weiter gegangen. Und da war dann so ein kleiner Knirps. Und der hat dann irgendwie, keine Ahnung, gesagt, Maske runter. Ja, ich mein's ernst und wir, äh, keine Ahnung. Und, äh, keine Ahnung. Voll lol, irgendwie, ja. Kleine Kiddies. Genau. Und, ähm, dann, ich so, ich wünsch dir noch ein schönes Halloween. Und der Dominik dann so, oder, warte. Ich zeig's euch, oder er zeigt's euch mal. Ich hab einfach so gemacht und so weggelaufen. Er fliegt einfach hin. Einfach so. Ah! Okay, nimm mir wieder die Kamera, bitte. Hier. Danke. Und der fliegt einfach gleich hin. Ja, Leute. Alter, ich hoffe euch, ich... Es ist hoffnungslos. Ich hoffe, die Vlogs gefallen euch. Und, ähm, schreibt dann auch mal in die Kommentare, was ich so machen soll. Und belohnt mich mit einem Like. Leider kann man bei einem Video nur einen Like geben. Wär geil, wenn man tausende Likes nicht tun könnte. Oh, warte. Gehen wir auf so eine Bank? Oder gehen wir da hin? Da hin? Da? Ja. Ja, Leute. Lass machen. Okay, Leute. Wir packen jetzt unsere Sachen aus. Unser Stativ und dann sehen wir gleich wieder. Wir sind jetzt hier beim Essen und schließen. Wir sind jetzt beim Essen. Wir haben... Die Sonne ist richtig krass. Wir haben hier ne geile Leberkasse, ne? Geil, Alter. Und Cola? Mhm. Und Matis. Alter, das ist die Mini-Variante. Ich find die beste, weil... Da muss man nicht zu flessen. Ich brauch auch n... Ich brauch n Schluck Koffein. Alter. Warte. 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 No one can stop. Coca-Cola Zero Sugar oder... Keine Ahnung. Wie die das auch sagen. Alter. Geil! Hm. Einer. Vor allem die ganzen Stühle hier sind irgendwie dreckig, außer der eine. So Leute, ich erzähle euch eine Geschichte. Ich hoffe, dieser Rasenmäher oder so ist nicht zu laut. Kann sich da auf die Lehne setzen oder so. Sonst wäre das wirklich ein bisschen schlecht. Oh nein! Runteressen! Oh mein Gott! Wollen wir? Was? Hä? Das müsste einfach nur auf da sein. Boah, das ist geil! Schaut mal Leute, da sind Smarties drin. Wir hatten mal eine Packung, wo nur blaue drin waren. Ja, obwohl es war... Alter! Das waren aber Toastereier oder sowas. Leute, das ist ja mal so richtig scheiße. Ich dachte, da wären Minis drin. Da sind voll die Großen. Du musst in einer Mini-Packung, das ist endlich nicht kacke. Schon irgendwie. Das blödeste, das gibt ja. Jetzt kommt keine Kohle, da ist ja noch. Schmeckt? Eigentlich bist du irgendwie... Höcke. Ne, mit anderen aber... Das ist scheiße gekommen. Leute... Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sonst noch wollt. Ob ich Let's Play machen soll, Unboxing machen soll. Aber... Ich kann nicht immer Unboxings machen, weil... Sonst muss ich die ganze Zeit was kaufen, weil es kostet dann Milliarden von Euro. Bei mir gibt's auch dann mal so ein Weihnachtsprojekt. Genau, gut. Sein Kanal ist unten in der Infobox. Also dürft ihr gerne auch abstecken. Und teilt das Video mit euren Freunden. Dafür kriegt ihr ein Like von mir. Mmm, es wird nicht. Mmmh! Msss! Ja! Tief! Ja, trinkt! Du mit? Wat denn? Ah, was? Ich hab's schon im ersten Vlog gesagt, das tut sau weh. Oh, es ist kalt jetzt gerade. Ich zeig euch jetzt mal, wie's hier aussieht. Vielleicht, ich muss noch kurz essen. Hier, meine Tasche, nichts mehr drin. Okay, Leute. Trommelwirbel, okay? Trommelwirbel. Na? Also, eine Führung. Ein Stativ. Eine Cola. Eine Tasche. Ein Stuhl. Eine Cola. Eine Leberkassammel. Eine Leberkassammel. Eines Smarties. Eines Smarties. Ben, du bist der Beste. Aber ja, Leute. Das war's eigentlich von meinem Vlog. Und er war heute auch wieder dabei. Danke. Und ja, Leute. Wenn ihr mehr solche Vlogs sehen wollt, dann lasst ein Like da. Und das ist anspruchsvoll. Schafft mir die 5 Likes. Das ist anspruchsvoll. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.